Willkommen mal wieder bei Mario Maker auf der Wii U. Ja, das letzte Mal Mario Maker ist ja auch schon wieder 100 Jahre her, ne? Und wir spielen heute mal die Event-Level. Ich habe noch nie ein Event-Level gespielt. Von daher, ja, mal sehen wie es läuft. Ich bin ja auch nicht so der Mario Maker. Aber ein paar Leute haben sich das gewünscht. Und ja, ich hätte mal Lust, diese Event-Level-Zeug zu machen, denn ich habe es noch nie gemacht. Warum sage ich mal wieder? Ich habe es noch nie gemacht. Weil ich noch kein... Doch! Ein Level habe ich... Muss ich da hoch? Ein Level habe ich fertig. Ein Level habe ich fertig, weil ich mal testen wollte, was die Event-Level sind. Weil ich noch nie gespielt habe, aber... Ja. Oh, was ist hier? Oh mein Gott! Party! Ist hier irgendwas sonst noch? Nö, sonst nichts? Außer Disco, Biba. Die Disco-Biba sind mein Highlight heute. Oder... Ich kann auch nach rechts gehen einfach und sagen, give a fuck. Okay, ich bin genau reingesprungen. Ah, ah. Nein, 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 nein. Geht weg, Mann! Lol! 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 Lol, 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 lol. Oh Gott! Die Biba hätten mich gekillt! Geh doch da hoch! Ja. Nein! Ey, das Spring, ne? Die springen, aber die springen manchmal nicht. Ja, geht doch. Okay, Moment, da müssen wir vorsichtig... Das war knapp. Vorsichtig sein. Oh, ein Pilz, immerhin. Weg damit. Ja! Checkpoint! Ah, das kenne ich irgendwo her. Hatten wir eben doch auch schon. Genau dasselbe. Oh, nee, das war anders. Okay. Schauen wir mal, was ich gemacht habe. Ach, Mann! Muss ich da rüberkommen? Ey, wie gemein ist das? Das ist unfair. Alter! 5 Milliarden Biba! Nein! 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 Ja! Nein! Nein! Und ist vor die Biba-Panik! Verarschung! Ey, ich muss doch da irgendwie rüberkommen. Ja, ja! Oh, danke! Kill all! Alles geschafft! Und fall genau in so'n Biba! Mann! Mario, Mecha, ja, blau! Oh, no! Ey, was war das für eine Reaktion? Boom, 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 tot! Ja, ich will den Pilz haben, nur. Danke! Wow! Ich stehe mal weg... Geschleudert werde? So, jetzt haben wir's. Ja! Direkt geschafft, Alter! Ja! Alter! Komm, durch da! Ja! Applaus, Applaus! Ah, ah! Er lacht mich aus! Er hat mich ausgelacht! Ey, so Event... So Event-Level sind echt cool, ne? Muss ich ja mal sagen. Also, das gefällt mir jetzt grad irgendwie. Ist echt cool gemacht. Man sieht, glaub ich, so coole Mario. Oh, nein, 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 nein! Jetzt kommen ja auch noch so Raketen, ey. Au! Geh da hoch! Geh... Nein, nicht sterben! Nur nicht sterben! Na, na! War doch... Da ist ein Level ab, genau! Nein! Ich bin echt doof! So, so! So! Ja! 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 Was kommt jetzt, ein Boss? Alter! Oh, mein Gott! Ja! Ja! Ich hab' einfach das Ding... Ripp! Ripp! Ja! Lauf! Äh! Was? Bar! Schüttter Bar! Oh, es geht noch weit... Nein, nee, es geht nicht weiter. Ja! Da steht noch mal irgendwas. Ich hab' kurz auch mal nicht mehr lesen. Wir haben dieses Level geschafft! Oh, Mann! Was für ein Event-Level! Das war echt krass! Das hat mir gefallen! Das war cool! Ja, es war cool! Ich hab' noch nie die Sean-Figur gehabt! Hä? Egal! Ach, das bekommt man automatisch, wenn man es geschafft hat, ne? Glaub ich, irgendwie sowas? Hello Kitty, my Melody! Spielen wir mal Hello Kitty, Leute! Hello Kitty and my Melody! Oh, ja! Ein Hello Kitty-Level! Wir wollten die schon immer... Hello Kitty! Oh, ich hab' keine Hello Kitty-Musik! Was soll das denn? Ich will da rein! Oh, mein Gott! Mein Leben hat wieder einen Sinn! Ich bin Hello Kitty! Verdammte Kacke! Ich find' das grad voll cool! Keine Ahnung warum, aber ich find' das voll cool! Ach, du! Moment, kann ich das irgendwie... Ah, tut mir leid! Ich hab' eine umgebracht! Ah, geht weg! Ich will da nur hoch! Ich will hier hoch! Oh! Oh, jo! Hello Kitty-Action! Alter, das ist voll cool, das Hello Kitty-Ding, ne? Muss ich da runter? Glaube... Ne... Die geben mir Stuff! Oh, ich bin ja schon Hello Kitty! Komm, ich nehm' die Wolke! Ciao! Hello Kitty over and out! Du Schwein! Ich will... Ich will nicht mehr Hello Kitty! So will ich... Ne! Ne! Ohne Hello Kitty, ohne mich! Ah! Was ist das hier? Was soll das darstellen? Ich erkenne nicht, was das darstellt. Das soll halt einfach nur ein Viereck sein. Okay, ich sollte, glaube ich, eher in das andere Ding. In das hier. Ich gehe wieder ins Gleiche. YOLO! So, jetzt aber. Ja, danke. Ich bin wieder Hello Kitty. Gott sei Dank. Mein Leben wieder einen Sinn. Hätte auch von da hinten rauskommen können, okay? Ja, geschafft! Alter! Hello Kitty wins. Das Hello Kitty-Kid... Das... Das Hello Kitty-Ding war auch irgendwie... Mega merkwürdig. Eine neue Figur. Hello Kitty. Event-Level, beste Level. Okay, Hello Kitty ist geschafft. Gipfelsturm mit Pepe und Nana. Die Retro-Welt von Ice-Klimper hält Einzug in Super Mario Maker. Okay. Abschlussrate 23%. Warum so wenig? Sind die alle so schlecht? Nicht so Profi wie ich? So. So. Ja, ich bin die Eis-Klimper! Ich finde das mega geil. Kennt ihr überhaupt noch irgendwer? Nee, ne? Wahrscheinlich kennen die meisten Leute, die nur aus Super Mario... Aus Smash. Aus Smash. Nur Geld! Ich will kein Geld! Wieder hoch! Ja! Bam-Badabam! Bam-Bam-Bam! Voll die traurige Musik hier! Oh Gott! Na? Muss hier irgendwie hoch? Alter! Oh-oh! 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 Ich bin echt dumm Erstmal selber Verarschen Nein, ich komme natürlich Nicht da rein und sterbe Stattdessen, weil genau dann ein Gumba rauskommt Erstes Level Ich verkacke So, komm her Ich bin das erste Mal gestorben Ne, bin ich heute schon mal gestorben? Ja, ne Oder? Weiß ich grad gar nicht Ja, ich glaub schon, so richtig dumm Denn daran bin ich gut Ah, weiter, weiter, weiter Die waren wir ja schon Ich muss gleich nur wieder aufpassen Nicht, dass ich normal hier sterbe So richtig doof Dann muss ich einmal husten Verdammt, tut mir leid Bitte verzeiht mir Bitte nicht schlagen So Komm runter Oh oh War mir so klar Es war mir so klar Oh shit Ja Oh nee Was machen wir jetzt? Ich gucke mal das an Komm, komm, komm Ja Okay Oh Ich komme da nicht hoch Doch, komme ich Wollte ich gerade schon sagen Komm ich da nicht hoch? Ich wollte gerade wieder weinen So wie sehr viel in letzter Zeit Ach, geht doch Ich dachte schon, ich schaff das heute gar nicht Ach du Okay, okay, okay Ganz ruhig Nicht übertreiben Oh, ich hab übertrieben Oh, ich werd wieder groß Ja Meine Nase juckt Ach, ich hasse das Wenn meine Nase juckt Pilz Komm Es kann nicht sein, dass ich das nicht schaffe Ach, hier ist sogar Eis Oh, dammit Da wollte ich zu viel Ach, das kommt Was tue ich denn hier? Ich mach mal das nicht mal frei Ist mir jetzt so doof Machen wir es so schön frei Geh doch da hoch Geh doch da hoch Ja Okay, okay, okay Get rekt Get rekt Ha Geschafft Nicht mit mir Nicht mit mir Hier, Nubs, Mann Oh Warte ab War das jetzt mein Ernst? War das jetzt meine fucking Ernte? Oh, was tue ich denn da? Warum bin ich runtergesprungen? Deine Dummheit schlägt wieder zu, ey Come on Ja Ich bin jetzt wieder rein da Aber diesmal aufpassen Ich nehm das Teil mal mit Man weiß ja nie, ne Für schlechte Tage Keine nicht Da Komm Nein Ja doch, doch Wir haben es geschafft Wozu war das jetzt sinnvoll? Außer, dass es schwerer war Wahrscheinlich musste ich das machen Damit ich hochklettern kann Überhaupt Allgemein Uuuu Ja Geschafft Uuuu Neiße Sache, Mann Level beendet Hättet ihr Lust auf mehr Mario Maker Dann lasst doch bitte einen Kommentar da Oder einen Like Ich würde mich sehr freuen Wenn wir vielleicht mehr Mario Maker spielen sollen Gefällt euch die Event Level Dass ich die mal probiere Gerne eure Meinung da lassen Und wir sehen uns in einer anderen Folge wieder Danke fürs Zusehen Und ciao, ciao mit Au Au Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.